Beim Thema Innovation geht es vor allen Dingen um eine einzige Frage. Sind wir bereit, Fehler zu akzeptieren? Können wir es ertragen, dass wir scheitern? Denn Innovation bedeutet immer, etwas Neues zu beginnen und wir wissen nie, wo wir landen. Das heißt, es kann auch sein, dass wir scheitern. Und wenn wir das nicht ertragen können, wird es nichts mit der Innovation.